UNTERTITELUNG Uns wurde immer schon gesagt, dass es dazu kommen könnte. Dass eines Tages alles, was wir je kannten, enden könnte. Es war ein waffenfähiger Virus. Einer nach dem anderen fielen wir ihm zum Opfer. Die Menschen zerfleischten sich, um zu überleben. Bis schließlich die Gesellschaft, wie wir sie kannten, zusammenbrach. Das war ein Zeichen. Das normale Leben, das wir führten, war vorbei. Wir werden als letzter Ausweg aktiviert. Wir sind The Division. Wir wissen nicht, wie viele es von uns gibt. Oder was nötig ist, um die Überreste zu retten. Aber eines wissen wir genau. Es kann keine Hoffnung für ein Morgen geben, wenn wir nicht für das Heute kämpfen. Das war ein Zeichen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017